Alles was du über Archäologie in Minecraft wissen musst, gibt es jetzt hier in diesem Video. Die Pre-Releases sind draußen, es gibt noch Bugfixes, alles an Content für die 1.20 ist bereits schon verfügbar und es ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel, deswegen gibt es jetzt einen kompletten Guide, ein komplettes Erklärvideo, wie Archäologie in Minecraft funktioniert. Und wir starten direkt rein. Wir haben hier vor uns einen Wüstentempel. Es gibt verschiedene Orte, wo man Archäologie betreiben kann. In Minecraft. Der Wüstentempel ist eine davon. Eine weitere Location ist der Wüstenbrunnen. Der nächste interessante Ort ist eine Ozeanruine in einem kalten Ozean. Oder eine Ruine im warmen Ozean, dort gibt es auch Sachen zum Ausgraben. Das allermeiste zum Ausgraben findet man aber in einer großen, vergrabenen Ruine. Die sogenannten Trails Ruins, also die sind neu dazugekommen in der 1.20 und man kann die erkennen, dass oben über der Oberfläche oder über der Erde oder hier in dem Fall im Wasser ein paar farbige Terracotta-Blöcke herausgucken. Dann weiß man, okay, da ist ein Anhaltspunkt. Man kann diese Strukturen, auch jetzt die neu dazugekommen sind, auch alle, die ich davor gezeigt habe, nicht auf besondere Art und Weise finden. Man muss es durch Erkunden machen. Im Creative Mode gibt es aber eine Option, mit folgendem Command sämtliche Strukturen zu finden. Wenn ihr also das suchen wollt mit Slash Locate Structure, Minecraft Trail Ruins, würdet ihr unter anderem die nächste Ruine angezeigt bekommen. Ist aber für das Spiel im Survival nicht gedacht, sondern nur, wenn ihr halt per Befehl euch das holen wollt. Fangen wir an mit der kleinsten Location, der Wüstenbrunnen. Ich habe ziemlich lange versucht, hier auch einen so zu finden. Ich habe drei Tempel gefunden, bevor ich einen hiervon gefunden habe. Es kann sein, dass sie ziemlich selten sind. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Man muss hier reingehen und das Wasser erstmal rausholen oder trockenlegen. Und dann werdet ihr sehen, hier befindet sich in diesem Brunnen an der einen oder anderen Stelle einmal Suspicious Sand, verdächtiger Sand. Der sieht etwas anders aus als normaler Sand. Und diesen Suspicious Sand, den normalen Sand kann man übrigens auch noch versuchen zu brushen, da passiert aber nichts. Diesen Suspicious Sand, den kann man jetzt mit einer Brush bearbeiten. Da gehen wir mal drüber, dann gibt es direkt ein Advancement. Und ihr seht, ich habe dort ein Item ausgegraben, nämlich ein Brick. Weil es erstmal nicht so krass ist. Wir können gucken, ob es hier noch mehr gibt. Hier wäre zum Beispiel nochmal ein Suspicious Sand. Rechtsklick gedrückt halten und wir brushen alles weg. Es gibt verschiedene, sag ich jetzt mal, Inhalte, die dieser Sand haben kann. Das ist abhängig vom Loot-Table und abhängig von der Location. Diese Desert-Wales sind eher ein bisschen spärlich bestückt. Aber da gibt es dafür noch ein paar andere Orte, wo es besser geht. Jedenfalls, das ist die erste Location zum Ausgraben. Folgende Items kann man hier kriegen. Pottery Shards, ein Backstein, ein Emerald, ein Stick oder auch Suspicious Stew. Interessanter wird es hingegen im Wüstentempel. Hier können wir Pottery Shards, TNT, Gunpowder, auch mal ein Emerald oder sogar Diamanten auspinseln. Übrigens, die Töpfe habe ich nur zu Deko hingestellt. Die gehören hier eigentlich nicht hin. Wenn man in diesen Tempel reingeht, seht ihr in der Mitte den Raum, wo unten das TNT in die Kisten drin sind. Und man kann Archäologie an folgender Stelle betreiben. Schaut euch mal ein bisschen um. Hier im Umkreis von diesen Terracotta-Blöcken gibt es hier eine Stelle, die eher sandig ist. Ist geändert worden zu früheren Snapshot. Da war das versteckt. Jetzt sieht man auch schon hier oben den Ansatz, wo man ebenfalls brushen kann. Und so wie es aussieht, haben wir Glück. Wir haben einen Pottery Shard bekommen. Dann kann man sich hier so ein bisschen reingraben und noch tiefer gehen, solange bis man weiteren Suspicious Sand findet. Also einfach mal im Umkreis etwas schauen. Ihr seht, hier unten wäre zum Beispiel nochmal was. Und da ist einfach ein TNT versteckt. Kann schon mal passieren. Also man kann sich jetzt hier weitergraben und noch verschiedene andere Sachen finden. Den Loot Table, was man kriegen kann, habe ich euch ja erzählt. Gehen wir mal weiter zur nächsten Location. In den Ozeanruinen gibt es auch einen neuen Block, den man brushen kann. Und zwar ist es nicht Suspicious Sands, sondern Suspicious Gravel. Auch Kies sieht etwas anders aus als der normale Kies. Zum Beispiel hier an der Stelle. Und wenn wir hier brushen, gibt es auch Items. Und da fliegt gerade eine Eisenachs raus. Auch hier im Umkreis kann man gucken, ob man was findet. Und man kann folgendes bekommen. Entweder bei kalten Ruinen und warmen Ruinen sind unterschiedliche Loot Table. Also ihr kriegt nicht dasselbe. Kalte Ruinen, deswegen jetzt mal eins in Folge lesen. Pottery Shard, eine Eisenachs, habe ich gerade gekriegt. Ein Emerald, Weizen, eine Holzhacke, Kohle oder ein Gold Nugget. Für die warmen Ozeanruinen solltet ihr besonders Ausschau halten, denn hier gibt es eine Besonderheit. Erstmal, wir gehen hier rein, hier gibt es wieder Sands und den würde ich auch einfach mal auspinseln. Gibt es auch folgende Items. Pottery Shard und jetzt kommt's ein Sniffer-Eil kann man kriegen. Das gibt es ausschließlich und exklusiv nur in warmen Ozeanruinen, sonst nirgendwo. Und dazu gibt es auch noch die Möglichkeit für eine Eisenachs, ein Emerald, Weizen, Holzhacke, Kohle oder Gold Nugget. Im Prinzip wie auch in den kalten Ruinen, aber mit dem Zusatz, wir haben die Option Sniffer hierher zu bekommen. Ist halt nun mal etwas selten, müsst ihr ein bisschen suchen. Die Ruinen sind ja teilweise ein bisschen verteilt. Gerade habe ich jetzt leider kein Glück, aber ihr seht hier die genannten Items, die ich gesagt habe, Stück für Stück rausploppen. Das Sniffer-Ei sieht so aus, man kann es dann platzieren und einen Sniffer schlüpfen lassen, aber alles weitere, was damit zu tun hat, da guckt ihr am besten mal in das komplette Zusammenfassungsvideo vom 1.20 Update. Gehört nämlich jetzt nicht ausschließlich zur Archäologie. Jetzt zum interessanten Teil, den Trail Ruins. Die sind überall verteilt, auch in verschiedenen Biomen. Ihr könnt diese finden in Tiger, Snowy Tiger, Old Growth Tiger, Old Growth Birch Forest und Jungles. Und jetzt gerade bin ich hier, könnt ihr sehen, in einer Old Growth Spruce Tiger. Vielleicht ist es sogar ein bisschen besser, das hier auszukraben, als irgendwo im Wasser. Die können verschiedenen Höhen generieren, man kann sie aber immer sehr gut hier dran erkennen. Auch hier ist das Loot nochmal interessant. Ihr findet zwar keine Sniffer-Eier hier drin, dafür ein paar andere Sachen. Unter anderem als Highlight vier verschiedene Armor-Trims. Können wir mal gucken, ob wir da vielleicht was finden, damit ihr eure Rüstung customisen könnt. Und noch weitere, oder sieben weitere verschiedene Pottery Shards. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie diese Struktur aussieht. Um euch das am besten zu zeigen, gehe ich jetzt hin und lösche hier mal die Erde, das Gras und alle Blöcke weg, die nicht zu dieser Struktur hier gehören. Dann wird die hier ein bisschen frei schweben und ich kann ein bisschen besser das zeigen. Gesagt, getan, ich habe da mal ein kleines bisschen die komplette Struktur ausgegraben, bis nach hier unten. Und ihr seht, was hier so alles zusammenkommt. Der Teil hier oben, der hat rausgeguckt, den hat man von oben gesehen, hier so die Spitze. Und dann geht es runter. Die Ruine beginnt immer mit diesem Turm, den man oben rausgucken sieht. Und da kann man sich dann runtergraben. Und wenn ich dann jetzt einfach mal hier rangehe, wir können uns ja vielleicht so ein bisschen durchpinseln. Immer schön mit der Brush, dann sollte man schauen, wenn man die Blöcke abbaut, dass man keinen Suspicious Gravel hier abbaut. Auch wenn man den in der Schaufle mit Silk Touch abbaut, geht allerdings das darin gespeicherte Item verloren und kaputt. Ihr solltet den immer unberührt lassen und wenn, dann nur mit einer Brush benutzen. Es gibt auch noch hier ein paar besondere White-Items, die ihr sonst in einer Struktur nicht kriegt. Zum Beispiel hier seht ihr farbige Glasscheibe. Also es gibt neben den Treasures, den Armortrims und den Pottery Shards auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Smaragde, Weizen, Clay, Brick, Farbstoffe, farbige Kerzen, farbige Glasscheiben, Hängeschilder, Goldnuggets, Kohle, Weizen Seeds, Beetroot Seeds, tote Büsche, Flowerpots, Strings, Leinen und das war's. Ja, genau. So, und also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt noch zwei verschiedene Loot-Tables, soweit ich das weiß, von Suspicious Sand. Kann man jetzt so nicht unbedingt direkt identifien, aber es gibt seltenere Sachen oder seltenere Stücke hier und es gibt nicht so seltene Stücke, wo man meistens mehr Müll rausbekommt, aber wenn man eins von den selteneren hat, kriegt man meistens einen Armortrim oder irgendwas in der Richtung. Wir können mal gucken, wie das dann jetzt hier ist. Also zunächst mal, man arbeitet sich hier durch, baut Gravel ab und brusht alles weitere weg. Am Anfang hier oben wird es wahrscheinlich eher noch uninteressantes Zeug geben. Wenn ich aber ein bisschen weiter nach unten dann jetzt in die Schatzräume sozusagen reinkomme. Ihr seht jetzt auch jetzt eine Treppe verfügbar aus Bricks. Die meisten Strukturen sind aufgebaut, die generieren aber alle ein bisschen unterschiedlich. Also es kann sein, dass die Struktur... Oh mein Gott, ich habe noch was vergessen. Es gibt noch eine Music-Dist, selbstverständlich. Witzigerweise steht das nicht im Wiki auf der Liste drauf unter Archäologie und deswegen habe ich es vergessen vorzulesen. Aber es gibt noch eine neue Schallplatte, die kann man bekommen und die kann ich euch ebenfalls mal zeigen. Ab in die Jukebox reinlegen. Ein paar Sekunden können wir ganz kurz reinhören. Und zwar dann sofort. Also nochmal ein weiterer Grund hier hinzugehen. So, also ab hier unten generiert das dann ähnlich wie andere Strukturen immer ein bisschen zufällig. In welche Richtung man gehen kann, welche Richtung man nicht gehen kann, wo es weitergeht etc. Und ich hätte jetzt einfach mal diesen Ausläufern hier geguckt, ob wir vielleicht eine seltenere Sandgeschichte kriegen. Hier können wir mal gucken. Da haben wir... Hey, das sieht aus nach einem orangenen Farbstoff. Genau, wer Farbe braucht, einfach alte Zivilisationen ausgraben. Die hatten davon ganz viele anscheinend. Ihr könnt euch auch die Blöcke hier mitnehmen, ne? Also einen Terracotta oder sowas, falls ihr da was wollt. Hier vorne gibt es einen Brick. Übrigens, wenn ihr das loslasst, dann bleibt das so stecken. Und wenn ihr was anderes anfangt, dann rutscht das wieder zurück hier, ne? So, dann kann man mal gucken, was so drin ist. Es kommt immer das gleiche raus. Wenn ich das jetzt zurückrutschen lasse und wieder von neuem ausgrabe, dann kommt immer dasselbe Item raus. Das ist nämlich in diesem Block drin gespeichert. Hier hätten wir beispielsweise jetzt einen Pottery-Shard. An der Stelle hier vorne habe ich jetzt was Besonderes. Hier gibt es nämlich ein Armor-Trim beispielsweise drin. Für Customization von Rüstung etc. Das erste, was ich gefunden habe, das Smithing-Template für die Host-Armor-Trim. Wenn man dann noch ein bisschen weiter sucht, hier sind alle Armor-Trims, die man denn finden kann. Unter anderem haben wir von, ich glaube vorne nach hinten habe ich das gemacht, die Razer, Wayfinder, Shaper und Host-Armor-Trim. So sehen die Teile aus. Ich habe die Runen noch mal runtergepackt. Ja, müsste glaube ich richtig sein. Die Runen dafür, die dafür, die dafür, die dafür. Also diese vier Teile gibt es exklusiv hier in den Trail Druids. Und wenn jemandem das Design gefällt, der wird sich lohnen, ne? Und halt dazu noch Schaltblatt oben drauf, Pottery-Shards etc. Um genau zu sein, wurde der Name von den Shards mal geändert zu Shirts. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Und aus diesen Pottery-Shirts kannst du folgendes machen. Einmal hingehen im Crafting-Table, so in diesem Muster, die Teile anordnen. Und daraus bekommt man dann einen Pot, der je nachdem, welche Shirts du verwendest hast, die entsprechenden Seiten hat, ne? Also ich habe jetzt die vier genommen. Da kann ich hier hinstellen, da habe ich das Schwert, die Flamme, den Creeper und den Trank. Weil ich eben auch diese Shirts hier genommen habe, um den zu craften. Ihr könnt die also vollkommen customisen. Die Shirts, die ihr benutzt, bestimmen, wie der Pot aussieht. Und damit könnt ihr eure Deko machen. Andere Ruinen können auch etwas anders aussehen. Die Sache ist halt, die werden jedes Mal neu generiert. Vielleicht müsst ihr in die andere Richtung kramen. Behalt das mal bitte im Auge. Ja, sollte klar sein. Und vielleicht noch eine wichtige Sache zu den Armor-Trims, die ihr hier rausbekommt. Ihr müsst, wenn ihr so eine Rüstung machen wollt, nicht vier von den Teilen finden. Eins reicht immer. Und ihr solltet auch immer Folgendes machen, bevor ihr das verwendet. Ihr könnt mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Diamanten plus einem Terracotta und halt natürlich das Smithing-Template im Crafting-Table das verdoppeln. Ihr solltet also immer so ein Smithing-Template übrig haben und das nicht verbrauchen, falls ihr halt mehr davon haben wollt, ne? So, so kann man aus einem zwei machen. Kostet allerdings Dias, aber ich denke mal, dass unser fairer Preis so ultra teuer ist und nicht wirklich mit Glück buddelt ihr die Dias auch mit der Brush dann wahrscheinlich irgendwo aus. Genau, und dann aus eins macht zwei. Das gilt für alle von den Templates, brauchen wir einmal Terracotta als Block. Bei anderen Templates kann es sein, dass ihr andere Blöcke braucht. Viele weitere interessante und lehrreiche Videos gibt es auf meinem Kanal und die werden auch in Zukunft noch hochgeladen. Immer wenn es was Neues gibt rund um Minecraft, erfahrt ihr das bei mir. Die nächsten Update, die nächsten Tricks, Tipps, Tutorials und so weiter und so fort. Auch mal größere Projekte mit anderen Leuten. Gibt es alles auf dem Channel. Gerne abonnieren, würde mich freuen. Like nicht vergessen für den YouTube-Algorithmus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.